Tja, da ist Game of Thrones zu Ende und natürlich gab es in der letzten Staffel Höhen und Tiefen und deshalb ist es an der Zeit Bilanz zu ziehen. Eine großartige, eine Jahrhundertserie geht zu Ende und ob ich das Ende gut oder schlecht fand, das erfahrt ihr jetzt. Natürlich volle Möhre mit Spoilern, es gibt keine Rücksicht mehr. Also wenn ihr die achte Staffel noch nicht gesehen habt und zwar vollständig gesehen habt, dann schaltet jetzt ab. Ansonsten viel Spaß mit meinem Review. Ich muss sagen, ich bin nicht sofort damals als Game of Thrones angelaufen ist eingestiegen, sondern eigentlich erst nachdem die erste Staffel schon durch war. Da drückte mir ein Freund die komplette Sammlung der ersten Staffel auf DVD in die Hände und danach war es um mich geschehen. Ich habe seitdem nie wieder eine Serie gesehen, die so hochkarätige Dialoge liefert, die so tolle Spannungsbögen liefert, die einem die Charaktere so nahe bringt und ich finde gerade das Besondere an Game of Thrones ist schon immer gewesen, dass eigentlich dieses ganze Fantasy-Setting, diese ganzen Drachengeschichten, dieses ganze Mystische dabei, die White Walkers eigentlich nur Fassade waren. Es ging im Inneren von Game of Thrones immer um Politik und genau deshalb habe ich auch gerade zur achten Staffel einige sehr wichtige Kritikpunkte und bin aber mit dem Ende eigentlich auch, das kann ich so weit vorwegnehmen, sehr, sehr glücklich. Ganz kurz nochmal ein Rückblick auf das, was vor Staffel 8 passiert ist, natürlich jetzt nicht im Einzelnen, sondern so für mich als Recap. Ich habe tatsächlich nicht mehr genau drauf gehabt, was ist jetzt in Staffel 3 und Staffel 5 passiert. Das musste ich mir nochmal so ein bisschen durchlesen, um einordnen zu können, ah ja, das war das. Und ich muss auch dazu sagen, alle, die komplett die achte Staffel verrissen haben, vergessen vielleicht, dass es auch in den davor hergehenden Staffeln so einige Tiefpunkte gab. Also zum Beispiel diese ganze Stannis und Renly Baratheon Nummer hat mich sehr gelangweilt damals, das weiß ich noch. Ich fand auch zum Beispiel diese ganze Episode, dass Arya eben zu den Faceless Men geht und sich quasi zum Assassinen ausbilden lässt. Das fand ich zwar als Idee gut, aber unheimlich lange zelebriert und dann doch sehr ermüdend. Und, 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 also ich könnte euch etliche Beispiele dafür nennen, dass Game of Thrones immer schon Passagen hatte, die weniger glücklich waren, die weniger spannend waren, die aber dann natürlich auch vielleicht notwendig waren, damit dann sowas wie ein Red Wedding oder was weiß ich, da wo Cersei eben diese Septe in die Luft sprengt, das so als Schocker eben funktioniert. Man kann halt nicht in jeder Episode einen Schocker liefern. Aber insgesamt muss man sagen, war Game of Thrones schon immer eine der spannendsten Serien und eine der natürlich am teuersten und intensivsten inszenierten Serien. Also ich glaube, die hält einfach alle Rekorde, was das Budget angeht. Und ich bin zum Beispiel auch immer dabei gewesen, jetzt in der laufenden Staffel mir die Game-Revealed-Folgen auf dem HBO-Kanal anzuschauen. Also quasi die Making-Offs zu jeder Folge, die nicht nur zeigen, wie geil die Special Effects sind, sondern die zum Teil auch noch so ein bisschen was über die Charaktermotivation verraten und so, dass man es ein bisschen besser einordnen kann. Aber insgesamt, klar, müssen wir nicht drüber streiten. Game of Thrones ist mit das Fantastischste, was einem zu Hause über den Bildschirm flimmern konnte in Sachen Serie, natürlich, wie gesagt, mit Tiefpunkten. Aber die achte Staffel, die war wirklich sehr, sehr, sehr durchwachsen und da komme ich jetzt zu. Ich muss sagen, die ersten beiden Folgen, die haben mich eigentlich sehr positiv gestimmt, so für den Einstieg in das Ende. Die erste Folge war absolut okay. Die zweite Folge ist für mich nach wie vor, auch jetzt, wo es vorbei ist, mit die allerbeste Folge in der ganzen Staffel. Ich fand, das war Game of Thrones in seiner Essenz. Diese Nacht vor der Schlacht, wie jeder Charakter sich verhält, wer in welchem Verhältnis steht, wer nochmal aufeinandertrifft, wer welche gemeinsame Geschichte miteinander teilt. Auch die ganz essentielle Frage letztendlich, Was machst du, wenn du weißt, du hast vielleicht nur noch einen Tag zu leben? Was machst du, wenn du morgen sterben könntest? Wie verhältst du dich? Gehst du an den Kaminen und trinkst dir schön ein? Suchst du eher die Einsamkeit? Philosophierst du über irgendwie was? Und wie das in dieser Folge gemacht wurde, das fand ich einfach brillant. Zum Beispiel eben diese Ritterschlag-Szene. Da habe ich echt ein Kloß im Hals gehabt und Pipi in den Augen. Das war einfach ein so schöner Moment, ein so ehrenvoller Moment. Das hat für mich wirklich diese ganze Folge bestimmt, wie toll das einfach inszeniert war. Und viele weitere Momente in dieser zweiten Folge. Das war für mich so der Peak. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt wird es richtig geil. Jetzt nimmt die Staffel richtig Fahrt auf. Und dann kam Episode 3 und ich weiß noch, dass ich einfach total aufgeregt war. Ich hatte richtig Puls, als ich die dritte Folge gestartet habe. Weil ich dachte, jetzt kommt die Schlacht. Jetzt wird es richtig geil. Und ganz ehrlich, Episode 3 war einfach nur ein Desaster in Sachen Storytelling. Es ist natürlich schon viel in den Medien und in sozialen Netzwerken darüber diskutiert worden, dass diese Schlacht einfach sackdunkel war. Man hat nichts gesehen. Aber vor allem, und das hat mich regelrecht geärgert, strategisch dumm war. Man schickt nicht die Kavalerie einfach so ins Blaue durch. Man stellt nicht die Katapulte in die erste Reihe. Man macht die Feuerbarriere nicht ganz zum Schluss. Es war einfach alles Murks. Die Drachen, die quasi ja eigentlich wie Jets mit Cruise Missiles über das Schlachtfeld stürmen könnten, haben oben den Eistanz gemacht und das war's. Und ja, auch der Nachtkönig hätte ja, wenn er zu Bran wollte, warum auch immer das die Motivation ist, das haben wir ja leider nie erfahren, wenn er zu Bran wollte, er hätte ja einfach mit seinen Brachen reinfliegen können und bumm. Ich weiß ja noch nicht mal, ob er ihn wirklich töten wollte. Vielleicht hat er irgendein Ritual mit ihm vor. Wir wissen es nicht. Auch das ist ein großer, großer Schwachpunkt an Episode 3. Dieses ganze Mysterium um den Night King. Was war eigentlich sein Ding? Was wollte der eigentlich? Das haben wir nicht erfahren und das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Diesen Arya-Moment, wo sie halt den Night King umbringt, der kam auch mir viel zu plötzlich. Ist klar, dass der irgendwann mit einem Dolch-Zack erledigt werden muss. Dass dieser eine Stich alles ausknipst sozusagen. Mother Brain ist tot. Das war schon klar, aber die Art und Weise weiß ich nicht. Da steht Theon mit ein paar Bogenschützen, was auch totaler Blödsinn ist. Wenn ich in Nahkampfsituationen Bran beschützen will, dann stelle ich da keine Bogenschützen hin. Und obwohl dann überall White Walker sind und Untote und so, kann Arya sich anschleichen. Und ja, war alles nicht so schlüssig. Kurzum, um das nicht weiter zu vertiefen, Episode 3 war einfach dumm, dumm. Und es hat mich vor allem deshalb geärgert, weil Game of Thrones immer clever war. Es war immer, immer clever. Es war immer gut geschrieben. Es gab auch keinen einzigen tollen Dialog in dieser Folge. Und insofern bin ich dann mit sehr, sehr niedrigen Erwartungen in die weitere Staffel gegangen. Und ich muss sagen, es wurde dann langsam besser. Wir wussten ja von vornherein, es sind nur sechs Folgen. Deswegen konnte man sich nach der dritten Folge quasi ausrechnen, wie es ungefähr weitergeht. Dass die, sagen wir mal Streitkräfte, sich in der vierten Folge wieder sammeln. Und Richtung King's Landing orientieren, war klar. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass von den Dothraki nach der Schlacht um Winterfell vielleicht 10, 20 übrig geblieben sind. Anscheinend waren es dann doch ein paar mehr. Gleiches gilt für die Unsullied. Also die Truppenstärke, das war für mich so ein Ding, das einfach nicht logisch inszeniert war. Also Winterfell war ja einfach komplett zerstört. Die haben mit den allerletzten Mannen da gekämpft. Und dann stehen sie halt wenige Tage später in voller Pracht alle vor King's Landing. Die vierte Episode war so nah. Ja, die hatte so ihre Momente. Aber sie war jetzt auch nichts, was einem irgendwie im Gedächtnis bleibt. Und deswegen habe ich auch da noch gedacht, oh, ob das wohl so ein gutes Ende nimmt mit dieser Serie. Das Einzige, was mir in dieser Folge wirklich gut gefallen hat, war, dass Daenerys Gendry wieder zum Herrn über das Haus Baratheon gemacht hat. Das fand ich wirklich einen schönen feinen Zug, auch wenn er natürlich total kalkuliert war. Aber Torment ist nach wie vor einer meiner absoluten Lieblinge. Der ist einfach sehr, sehr witzig als Charakter und natürlich auch für den Comic Relief in diesem ganzen Trauerspiel sozusagen zuständig. Ja, wie gesagt, die Lesung mit Rian und Jaime fand ich jetzt nicht so wahnsinnig glücklich. Insgesamt hat mich eigentlich ja mehr interessiert, wie jetzt die Leute mit diesem Big Secret umgehen, dass Jon eben ein Targaryen ist und eigentlich der wahre Thronerbe. Und das wurde auch für mich in der Staffel gar nicht genug ausgespielt. Also dieses, sag's keinem weiter, es ist ein geheimnis Ding. Und dann Tyrion erfährt's von Sansa und Tyrion geht zu Varys und so weiter. Aber auch wenn Varys es dann mit seinem Leben bezahlt hat, was ich sehr schade fand, weil ich mochte den Charakter und dann auch so unspektakulär, wow, boom, der Drogon verbrennt ihn, hatte das für mich leider dann nicht mehr die Konsequenz, also dass auch der Rest der Welt es erfährt. Also die Ansalit stehen da zum Beispiel, verfolgen das Urteil über Varys in der nächsten Folge und keiner fragt sich warum, was hat der eigentlich gemacht für einen Verrat. Also diese Information, dass Jon der eigentliche Thronerbe ist, der bleibt ja wieder erwarten in diesem exklusiven Kreis der Wissenden und hat eigentlich ja dann für das eigentliche Staffelfinale oder Serienfinale gar nicht mehr so die Relevanz gehabt. Aber kommen wir erstmal zu der großen Schlacht um King's Landing. Die Folge hieß The Belts und das war natürlich auch das Schlüsselding. Klar, sie hätte, Daenerys hätte diesen Kampf einfach abblasen können in dem Moment, wo er gewonnen war, aber es wäre auch nicht Game of Thrones, wenn es so einfach gewesen wäre. Und ich muss sagen, die Flags, nenne ich jetzt mal diese Skorpion, die gegen die Drachen gerichtet waren, die waren noch kurz davor in der Folge super effektiv und haben quasi ihr Ziel nicht verfehlt. Und in diesem Fall konnte Drogon einfach um die Stadt rumfliegen und einfach alles zerstören. Auch das Drachenfeuer hat einfach mal den Red Keep und alles mit einem Zug sozusagen niedergebrannt. Das fand ich ein bisschen zu einfach. Es sollte aber wahrscheinlich natürlich dieses Massaker veranschaulichen, was da einfach, ja, zelebriert wird. Und natürlich war es unnötig. Natürlich hätte Daenerys einfach sagen können, okay, ich habe gewonnen, Cersei gibt auf und das war's. Aber so dieser Kampf in ihr, diese Madness, die da schon greift und die, wie ich zum Beispiel finde, auch ganz gut innerhalb der letzten Staffeln entwickelt wurde. Also alle, die sagen, Mann, die ist so plötzlich durchgedreht. Ich fand schon, dass das schlüssig war, dass sie dann doch nach ihrem Vater kommt. Sie war ja auch noch nie besonders gnädig. Die hat auch die Sklavenhalter kurzerhand gekreuzigt und mit Drachenfeuer verbrennen lassen, wo sie konnte. Und die Culls in ihrer Hütte alle verbrennen lassen. Sie hatte schon immer, naja, einen Hang zum Brutalen. Und Gnade war eher so ein Ding, das hat sie sich vielleicht mal von ihren Beratern abbringen lassen. Insofern kam für mich diese Gewaltexplosion in King's Landing in ihr eigentlich gar nicht so überraschend. Und diese Madness. Und fand ich tatsächlich erwartbar. Also ich hatte schon damit gerechnet und ich habe nie damit gerechnet, dass sie den Thron besteigt. Und tatsächlich hat mich diese Folge dann doch emotional berührt, indem ich wirklich noch lange darüber geschockt war, wie unnötig das einfach war. Wie die Bevölkerung, wie die Kinder, die Frauen einfach dahin gemetzelt wurden. Es gab natürlich da auch so Facepaar-Momente. Aria sagt zu denen, ihr seid hier nicht sicher, ihr seid hier nicht sicher, kommt mit mir. Und die armen Leute, die eigentlich doch relativ sicher da in so einem Haus saßen, rennen raus auf die Straße und werden natürlich verbrannt. Das war so ein, ey, war das jetzt mit Absicht dumm, um diese Hilflosigkeit zu zeigen oder was sollte das? Der Kampf zwischen dem Hound und seinem Bruder Sir Gregor, dem Mountain, war okay. War für mich jetzt aber auch nicht sowas, wo ich drauf hingefiebert habe. Ich weiß, es gibt ganz viele Fans, die das ganz toll fanden. Insofern, okay, das Ende von Cersei hat mich fast ein bisschen enttäuscht erst mal, weil ich dachte, da ist sie ganz schön gnädig bei weggekommen. Also dafür, was sie alles angestellt hat, da hätte ich ihr eher so ein ähnlich brutales Ende wie Ramsay Bolton gewünscht. Aber letztendlich war es dann im Nachhinein, wo ich über mehr über die Folge nachgedacht habe und ein bisschen was gelesen habe, dass sie eben mit Jaime zusammen stirbt. Die beiden sind als Zwillinge zusammen auf die Welt gekommen, sie gehen zusammen. Und diese ungebrochene Liebe von ihm, obwohl er weiß, dass sie eigentlich ein Monster ist, ist halt bis in den Tod geführt. Das fand ich dann doch wieder ganz okay. Es war nicht so dieses fulminante Boom-Ende, was man sich vielleicht für Cersei ausgemalt hat. Es war halt ein romantisches Ende. Das ist doch auch mal was Neues für Game of Thrones. Tja, kommen wir nun endlich zum großen Finale. Ich muss sagen, nach dieser sehr, sehr, sehr durchwachsenen Staffel bin ich da relativ erwartungsfrei rangegangen. Ich habe auch gesagt, ey, die meisten Serien, die ich wirklich über Jahre verfolgt und geliebt habe, also von, sagen wir mal, Lost bis How I Met Your Mother, haben mich alle mit ihren Enden enttäuscht. Ich erwarte nicht viel. Und ich muss einfach sagen, das Ende war fantastisch. Es war wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Es hat mich berührt. Es hat mich fasziniert. Es war für mich typisch Game of Thrones. Das hat sich da ganz viel Zeit genommen zum Teil. Allein die erste Szene, wo Tyrion durch dieses Schlachtfeld läuft und einfach sichtbar sauer ist. Er ist ja nicht nur geschafft, er ist ja auch sichtbar sauer. Dann so diese typische Diktator-Rede, die Daenerys da vor ihren plötzlich wieder sehr, sehr starken Armee-Angehörigen hält. Also, wie viele Dotswaki waren das denn da? Das waren ja mehr als jemals zuvor. Und dann Sully auch. Wieder so ein Ding, wo man sagt, okay, vielleicht zählt ihr einfach mal vorher nach, wie viele Statisten ihr habt und passt das dann pro Folge an. Aber okay, wirklich kleiner Kritikpunkt nur. Aber diese Brandrede, die sie da hält, es hatte ja schon, viele haben auch gesagt, das waren irgendwie so Leni-Riefenstahl-mäßige Arrangements. Und natürlich kommen einem da irgendwelche Vergleiche zum Dritten Reich oder sonstigen Diktatoren in den Sinn. War mit Sicherheit mit Absicht. War aber auch gut gemacht. Vor allen Dingen, weil es dann ja wieder so prägnant aufgelöst wurde mit Tyrion, der hingeht. Und nach dieser Brandrede, wo ihr hunderte Applausklopfen sagt, weißt du was, du hast gerade eine ganze Stadt niedergebrannt und das finde ich scheiße. Und das fand ich einen typischen Tyrion-Move, der dann quasi sein eigenes Wohl zurückstellt und einfach sagt, ich muss die Wahrheit jetzt loswerden. Ich kann hier nicht meine Klappe halten, so wie Jon. Und dafür riskiere ich jetzt meinen Kopf. Und das fand ich einen ganz, ganz großartigen Game of Thrones-Moment. Direkt gefolgt von diesem fantastischen Gespräch zwischen Tyrion und Jon in der Zelle, wo er Jon wirklich sehr, sehr indirekt ins Gewissen redet. Er spricht ja niemals aus, er mordet Daenerys, sondern er verpackt es. Aber man sieht halt auch, und es war auch fantastisch gespielt von Kit Harington, diesen inneren Kampf in Jon. Dieses, er liebt sie halt nun mal und Liebe, wo sie hinfällt, da kann keiner was für. Aber er weiß, es geht so nicht. Und ich glaube, gekriegt hat Tyrion ihn tatsächlich dann mit der Frage, was wohl mit Arya und Sansa passiert, wenn sie die Khaleesi, die Daenerys, nicht als Königin akzeptieren. Und es ist ja auch klar, auch Arya hat ihm ja gesagt, du wirst immer eine Gefahr sein, die wird dich abservieren, und zwar relativ schnell. Und so wusste Jon, was zu tun ist. Und auch da haben sie wieder einmal gezeigt, die Game of Thrones-Macher, dass sie Drama verstehen. Dass sie halt ihn erst mal, diese wunderbare Einstellung, wie ich fand, an Drogon vorbeischicken. Und der tut nichts, weil er weiß, es ist ein Targaryen. Und dann geht er da hin, und sie wechseln nochmal ein bisschen cheesy, ich liebe dich, ich liebe dich, lalalalala. Und ich habe ja nur darauf gewartet, dass da jetzt eben dieser Messerstich passiert. Das war ja in dem Sinne vorhersichtbar. Und trotzdem war es spannend, weil man eben nicht wusste, zuckt er jetzt doch im letzten Moment zurück, kommt Arya angeflogen. Wer weiß das schon? Das fand ich tatsächlich dann doch sehr spannend und sehr schön und sehr angemessen auch gemacht, um Daenerys Targaryens Leben zu beenden. Das fand ich eine sehr schöne Inszenierung. Getoppt nochmal von Drogon, der, weiß nicht, obwohl es ein halbwegs dummer Drache ist, man weiß ja nicht genau, wie intelligent die Viecher sind, der dann erst mal checken muss, dass seine Drachenmutter gestorben ist und der dann einfach diese Wut rauslässt und diesen Thron niederbrennt, von dem ich auch schon dachte, der wäre verschüttet worden bei der Vernichtung des Red Keep. Aber gut, den Thron gab es noch für ein paar Stunden. Und dass dieser Thron, dieses ikonische Ding, was für die Serie steht, dann von diesem Drachen niedergeschmolzen wird, fand ich schon einen coolen Clou. Und dass er eben auch nicht Jon angreift, sondern Daenerys nimmt und wegfliegt, war für mich okay. Ich hätte auch erwartet, dass der Drache ebenso stirbt. Ich hätte auch erwartet, ehrlich gesagt, dass der letzte Shot in dieser Serie irgendwie zwei Dracheneier zeigt, die irgendwo liegen oder so. Aber so ist für mich auch okay. Und dann kam eben dieser interessante Sprung, dass eben nicht gezeigt wird, wie Daenerys vermisst wird, wie Jon als Attentäter festgenommen wird, wie sich die Nachricht über den Tod an alle verbreitet, an Sully, die verschiedenen Häuser, Dothraki, wer auch immer. Sondern dass da eben dieser Cut war von mehreren Wochen, fand ich erst mal seltsam. Muss ich aber im Nachhinein sagen, fand ich filmisch geschickt. Ich habe neulich noch einen Radiobeitrag darüber gehört, wie wichtig es auch in Filmen ist, eben nicht alles haarklein in einzelnen Schritten zu erzählen, sondern auch mal Lücken zu lassen, um die Fantasie des Zuschauers anzuregen. Denn wenn wir einfach nur alles vorgekaut kriegen, dann finden wir es auch langweilig. In dem Moment, wo wir selbst quasi mithelfen müssen, eine Geschichte zu vervollständigen im Kopf, wird es dann wieder interessant. Und ich fand letztendlich das genau den richtigen Schritt, diesen Part wegzulassen und direkt ein paar Wochen weiter zu springen, zu diesem Rad, vor den Tyrion tritt. Es sieht ja erst mal so aus, als ob eben da der Prozess gemacht wird und dass es dann in die Wahl eines neuen Königs endet. Das hat, glaube ich, keiner in dem Moment absehen können, ich jedenfalls nicht. Und das fand ich auch sehr geschickt, dass Tyrion wieder einmal der war, der eigentlich das Schicksal von Westeros schmiedet, der eigentlich schon den richtigen Plan in der Hand hat. Ich habe im Vorhinein nicht darauf getippt, dass Bran der neue König wird. Es gab ja auch, von wegen ist das der Night King und so weiter. Ich fand auch diese, gerade in Episode 3 so, what the fuck, Bran, was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich? Wofür sind deine Fähigkeiten gut? Ist letztendlich nicht aufgelöst worden. Aber dieses, was glaubst du, warum ich eigentlich hier bin, das war anscheinend schon immer sein Plan oder er wusste, dass es sein Schicksal ist, war dann ein netter Hint irgendwie auf seine Fähigkeiten. Insgesamt die Figur recht enttäuschend. Blieb unter ihrem Potenzial. Die Wahl eher lustig als ernst inszeniert. Auch dieser Versuch von Sam, sowas wie Demokratie in Westeros einzuführen und das nur für Gelächter gesorgt hat. Naja, letztendlich ein bisschen Demokratie haben wir. Der nächste König nach Bran soll ja quasi von den Häusern gewählt werden. Ob das klappt, keine Ahnung. Vielleicht gibt es dann ja nochmal eine neue Serie in zehn Jahren. Ich weiß ja, es gibt Game of Thrones, weitere Pläne zu Adaptionen und so. Warten wir mal ab. Aber letztendlich das Ende, das sich ja dann doch sehr auf die Starks konzentriert hat, auf Jon, auf Arya und Sansa, fand ich soweit gut, weil das eigentlich ja immer die Figuren waren, die einem am meisten am Herzen lag. Man hat mit den Starks angefangen und man endet mit den Starks. Und am Ende war jeder dort, wo er hingehört. Das klang erst mal doof, so Jon zur Nightwatch. Hä, was macht der da? Dass er aber in den Norden gehört, dass er mit den Wildlings weiterzieht und die Mauer sowieso hinter sich lässt. Das habe ich ihm dann abgenommen, sodass er eigentlich dort glücklich ist. Natürlich gehört er nicht auf den Thron. Dass Sansa es geschafft hat, Queen of the North zu werden und ihr eigenes Reich so zu führen, wie sie es schon lange wollte, auch gut. Und dass Arya so ein Explorer wird und einfach gar nicht dort bleibt, das war für mich super, super passend. Sie hat dort nie hingehört, sie war nie eine Lady. Sie hat ihre Todesliste abgearbeitet. Da war nun auch nichts mehr zu tun. Es war absolut schlüssig, sie vorzuschicken. Und vielleicht gibt es ja noch mal einen Arya-Spin-off. Wer weiß das? Aber das war für mich, ohne dass ich von alleine drauf gekommen wäre, und ich habe mir wirklich viele Gedanken über das Game of Thrones-Ende gemacht, war für mich das schlüssigste Ende, was mich glücklich gemacht hat. Es war natürlich ein Happy End. Happy Ending sagt man ja eigentlich. Happy End ist ein deutscher Ausdruck. Vergiss das wieder, dass ich das gesagt habe. Also, Happy Ending. Aber das ist für mich okay. Ich habe gerne Happy Endings. Und anders, weiß ich nicht, wäre es wahrscheinlich auch nicht so cool geworden. Wie gesagt, es gibt natürlich Kritikpunkte. Und ich weiß auch, wir haben ja auch so eine Vorzocker-WhatsApp-Gruppe, dass einige gar nicht so zufrieden sind mit dem Ende, dass ihnen das teilweise zu cheesy war oder zu weit hergeholt oder so. Aber ich, für meinen Teil, muss sagen, ich fand es fantastisch. Es war dramaturgisch toll inszeniert. Es war, produktionstechnisch müssen wir nicht drüber reden, sowieso fantastisch inszeniert. Jede Figur, die mir irgendwie im Herzen lag, hat dann irgendwo das Ende gefunden, was gepasst hat. Und auch so dieser kleine Moment, wo Tyrion und, was weiß ich, Bronn, dass der jetzt Master of Coin ist, fand ich schon etwas seltsam. Aber Sam und alle, die jetzt quasi die neue Regierung bilden, sich da mit wirklich dummen Alltagsgeschäften beschäftigen mussten. Das hat auch wieder gezeigt, so, ja. Und irgendwann hat das große Drama ein Ende. Und das ganz normale Leben geht weiter, selbst in Game of Thrones. Und genau so ist es ja. Man macht die Folge aus. Man denkt noch ein bisschen drüber nach. Und dann ist es genau wie in der Truman-Show. Man schaltet um und sagt, guck mal, was sonst noch so läuft. Und ja, trotzdem denke ich, dass Game of Thrones etwas ist, was noch lange, lange, lange uns allen im Gedächtnis bleiben wird, was ja einfach ikonisch war, was eine ganze Fankultur bedeutet, ähnlich wie ein Herr der Ringe, ähnlich wie Comic-Universen es tun. Man hat einfach über zehn Jahre lang diese Charaktere kennen und lieben gelernt, sie hassen gelernt. Mein Gott, was habe ich Joffrey gehasst? Und es tat tatsächlich ein bisschen wie, Abschied zu nehmen. Und naja, dann muss man halt gucken, was man sich als nächstes anschaut. Und HBO wird ja jetzt alles Geld in Westworld stecken. Die nächste Staffel erscheint dann nächstes Jahr. Und dann haben wir wieder alle was zu gucken, spätestens dann. So, das war's, glaube ich, was mir sonst so zu Game of Thrones einfällt. Das poste ich dann vielleicht nochmal auf Twitter. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die achte Staffel vor allem fand, wie ihr Game of Thrones insgesamt fand, was eure Kritik war, was ihr richtig geil fand. Und gebt einen Daumen hoch auf das Video und jetzt kommt noch eine Endcard da. Findet ihr noch ein paar Tipps, was ihr euch noch so anschauen könnt. Gestern frisch erschienen ist der Beitrag von Chris und mir, wie wir zum Launch-Event von Rage 2 nach Essen gefahren sind. Und Chris hat auch direkt sein Review zum Spiel rein verpackt. Und Sepp hat sich letzte Woche Meisterdetektiv Pikachu im Kino angeguckt. Sein Review findet ihr ebenfalls hier unten verlinkt. Schönen Däumchen hochgeben, wie gesagt. Abo setzen, Glöckchen setzen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.